Hallo, Servus! Hallo! 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 Vor allem, ganz kurz bitte! Wir wollen eine Unterrichtung übergeben. Wir haben uns überlegt, dass wir uns wenn nicht mal zuschützt können. Diesmal haben wir ein paar Verhandlungen und haben uns überlegt, wir machen eine U-Liste, die haben uns sogar 7% lang gespielt und wir wollen damit aus der Diversität sind, wir wollen uns auf der Hilferstraße in verschiedenen Betrieben usw. Wir sind eine kleine Organisation und was uns schaut, innerhalb von drei Wochen über 900 Unterschriften zu sammeln und wir wollen euch damit zeigen, dass es von der Bevölkerung Rückhalt gibt, dass es von der Bevölkerung gibt, auch von der sogenannten Basis, für den wirklich guten Lohnertschluss diesmal und haben Autounterschriften, wie es da auch die Vorderung von dem Steuertausch geht, da sind wir uns auch einig und wir wollten euch das auch überrechnen als kleine Unterstützung. Vielen Dank. Vielen Dank.